Ich heisse Gabriele und bin im zweiten Lehrjahr und arbeite in der Lebensrückversicherung. Motivation ist ein wichtiges Thema in der Lehre und Leistung wird der Score belohnt, wie meine Geschäftsreise nach Köln. Wer Motivation, Vielfalt und Wissen sucht, ist bei uns am richtigen Ort. Ich bin Sophia und bin 17. Ich bin momentan in der technischen Buchhaltung tätig. Wir wechseln bei der Score jede Semester die Abteilung und das verschafft uns einen sehr guten Überblick über die Versicherung. Das hilft uns beim künftigen Entscheid, wo wir unsere Karriere starten wollen. Ich bin Thomas, ich leite das Global Katastrophenmanagement und bin Mitglied der Geschäftsleitung in der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit den Lernenden nehme ich als enorme Bereicherung im Alltag wahr. Ich schätze insbesondere die andere Sicht auf die Welt und die Unbekümmertheit unserer Lernenden als wichtiger Beitrag zur Lösung unserer Aufgaben im Unternehmen. Nachhaltig ist ein wichtiges Thema. Vielen Dank.